So, da bin ich wieder, auch mit einem neuen Speicherstand. Ich bin jetzt schon wieder in den Katakomben mit dem Kopf. Ich weiß ja nicht, ob es immer an derselben Stelle weitergeht, deswegen gehen wir jetzt nochmal ein paar Schritte zusammen. Genau. Und ich hoffe, dass mir das Game nicht wieder den Strich durch die Rechnung macht. Aber das werden wir wohl in Kürze rausfinden. Geht's hier noch weiter? Ne, wieder zurück, also. Nach oben jetzt raus, oder? Ach, hier geht's jetzt heute mal raus? Ja. Dann zeig ich mal, wohin willst du. Oh, wo bist du denn? Ich vergesse immer, was ich gesagt habe, wenn ich mich irgendwie überrasche, wegen einem Szenenwechsel oder so. Es ist das eerie-schöne-schöne-Ghost-Ship, das ich mit dem Governor mit dem Szenen wechseln habe. Äh... Ich denke, ich werde weglaufen. Yikes! Werde ich jetzt in Ruhe gelassen? Aber die Musik war ganz nett. So, jetzt kann ich auch rausführen. Also erstmal, wir brauchen, glaube ich, die Kette, die einfach gesagt hat, da sind wir unsichtbar für Geister, ne? Ich kann es nicht haben. Es ist mir. Äh... Äh... Ja, okay, und nu? Kann ich auch wieder wegstecken. Du kannst es nicht haben. Es ist mir. Ich brauche die, aber... Mist, zack. So, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich vorhin in den Speicherstätten gesehen habe, dass wir in Anführungszeichen erst so um die 70% erfüllt haben. Das wundert mich ein bisschen. Es fühlt sich doch schon an, als wären wir ein bisschen am Ende. Das scheint nicht zu funktionieren. Wie nehmen wir ihm denn jetzt die Kette ab? Lammert er vielleicht? Keine Staple, die zu entfernen werden. Okay. Ich will gar nicht wissen, ob wir den Schuss endlich gebrauchen könnten. Oh, das ist rückwärts. Und die Münze frisst er natürlich selbst. Verständlich selbst. Okay, wir sind hier. Jetzt, was willst du von mir? Danke, dass du mich an die Schusskirche leidest. Hey, kein Problem. Wenn du nur einen Job hast, machst du es gut. Weißt du, was ich meine? Kann ich das Kacken haben? Nein. Aber danke, dass du so poliert hast. Komm, wir brauchen die. Warum kann ich es nicht haben? Ich habe ein schlechtes Gefühl über dieses Ort. Ich denke, ich könnte es brauchen. Vielleicht werde ich es einfach nehmen. Vielleicht wäre es besser nicht. Sei doch bitte nicht so. Stell dich nicht so an. Du hast zwei Augen. Oh. Will die Kette dann selber machen müssen oder so? Oh, come on, please. You can beg all you want, but you can't have it. Ist das wieder ein Geduldsspiel? Pretty, please. Ist das wieder ein Geduldsspiel? Pretty, pretty, please. You can beg all you want, but you can't have it. Ist das wieder ein Gedulds, 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 Geduldsspiel? Pretty, please. Ist das wieder ein Geduldsspiel? Ist das wieder ein Geduldsspiel? Ich habe mich gerade so psycho angeguckt. Also nochmal zusammengefasst. Es war ein Geduldsspiel. Und jetzt benutze ich die Kette. Das fühlt sich weirrt. Seht das schon? Darf ich jetzt? Darf ich jetzt auf Schiff? Lass es uns versuchen und nochmal die nette Musik genießen, die die Skelette dort spielen. Jawoll. Schön super, ne? Ja. Oh, das hören die. Was ist das? Dann schaue ich nochmal nach vorne, aber sonst gäbe es nur den Weg in den Rumpf. Ist der Hund? Hey, was ein süßes kleine Geistdok. Aber schön, dass... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Scheiße. Er schiebt uns immer wieder Zeug. Gut, dann wohl... ...in den Rumpf. Auch wieder ein Säufer. Unterdeckt. Er sieht so kundig aus. Geht weit weiter. Milo, es ist nichts Besonderes über ihn. Ich kann es nicht weg von ihm. Ich bin falsch. Er sieht so kundig aus. Milo, es ist nichts Besonderes über ihn. Milo, es ist nichts Besonderes über ihn. Milo, es ist nichts Besonderes über ihn. Oh, die ganze Geisterkarte gelandet. Es ist lockt. Es ist lockt tight. Jetzt muss man aber auch erst mal. Also... ...wird super die weiße Haut geklickt. Milo, es ist nichts Besonderes über ihn. Außer dieser großen, gröntigen Voodoo-Anti-Route. Ich kann es nicht in den. Es ist knallt, schraubt, schraubt, ... und schraubt, schraubt und zusammengeklebt. Keine Staple, die zu entfernen. Es ist lockt tight. Es muss etwas Besonderes über ihn sein. Sie sehen wie Pferden. Alles, was ich bekommen habe, war eine Feather. Geisterkitzeln ist auch schon wieder so ein Blödsinn. Ich kann nicht einen schraubtlichen Platz in seinem Körper finden. Aber da scheinen wohl noch andere angedacht zu haben. Was gibt es da? Ich glaube, der Schock brauche ich nicht kitzeln. Ich sehe nichts Besonderes über ihn. Was ist das? Ich kann nicht kitzeln. Wenn wir nach oben. Auf mich. Auf mich. Wollen wir mal schon mal sieben? Hmm, was haben wir denn noch? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, gut. Können wir natürlich auch einfach alles reinprobieren. Ich kann es nicht ins Wasser kommen. Es ist knallt, schraubt, röpt, knallt und verbunden zusammen. Ich kann es nicht ins Wasser kommen. Ich kann es nicht ins Wasser kommen. Es ist knallt. Schau, schau das Fleisch. Ich kann es nicht abnehmen. Schau, schau das Fleisch. Ich kann es nicht abnehmen. Ich bin hier wirklich nur für eine Feder hergekommen. Ich bin hier wirklich nur für eine Feder hergekommen. Alles. Und das... Der hat schon getankt. Ich möchte doch nochmal zu Lütschup gehen. Lässt uns einfach nicht ran. wie irgendwie für den schlüssel vom affenkopf wahrscheinlich das ganze hier markiert jetzt ist der schlüssel hier schon so nah und die die tür natürlich gibt tür schließetür dass das überhaupt geht es gott little wriggling blue hair sind ja no thanks ja no thanks was mit dem ja ich weiß es wird doch wieder raus könnte alles so schön das ist schon wieder alles nicht so einfach ich muss wieder raus die haben sich doch vorhin irgendwie über öl unterhalten draußen oder reicht vielleicht tinte das wäre ab ich bin das das ist schon wieder alles schwierig jetzt brauchen wir den grog zum schmieren von ihm hier unten das ist auch möglich schläft tief und fest hier wahnsinn und auch vom grog ist das ist auch nicht zu sein ist auch nicht zu sein schläftig aber ich habe hier noch gar nichts richtig benutzt ist auch nicht zu sein ich habe das gefühl das wird schon wieder nicht Dann habe ich das Tintenflass vielleicht gar nicht richtig. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann es nicht weg von ihm. Oh, das ist erfährlich. Was ist denn selber? Was ist denn mit Flasche? Ich kann es nicht weg von ihm. Kann er nicht raus. Okay. Okay, okay, okay. Das ist echt nicht einfach. Ach, ist das... Lästig. Vielleicht nur benutzen einen Geisterschwein. Irgendwas muss man mit dieser Tinte doch mal machen können. Es heißt, wie sich selbst in der Seabattlzeit befestigt. Es heißt, wie sich eine Kugel aufzunehmen. Das habe ich glaube ich schon. In der Steine. Hier sieht auch nichts aus wie eine... Flasche. Hier braucht nur so viel Gold. Zylo ist etwas spezielles über ihn. Ich akzeptiere diesen großen, glücklichen Voodoo-Anti-Rooten-Sylo. Da ist unser guter alter Wadda-Bee-Kaptain. Ich kann es nicht weg von ihm. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Jetzt braucht man da den Hund. Oh, wäre Quatsch. Zunächst ist... Ich könnte es besser verlassen. Ich könnte es besser verlassen. Wer schützt sich in die Kabine des Geistpirates, Letchuk? Das Land klingt in diesen Wagen. Es hat kleine, schwarze Haare in es. blaue haare das irgendwas zu bedeuten nehmen kann ich die ja nicht ich darf nichts benutzen jetzt habe ich das schiff anzünden oder flint works best with things hier passiert nicht mal was sie ist Es ist eine Feather. Ja, Geisterfeather. Untersucher, Geisterfeather. Das macht er nicht. Ech, kein Dank. Hey, was ein süßes kleines Geisterkopf. Ich hätte besser gehen. Hey, was ein süßes kleines Geisterkopf. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin drahtlos. Jetzt bin ich nicht wieder raus zu gehen. Das wäre ein bisschen belastend. Tief und fest. So, und jetzt streckt er sich aus. Aber da habe ich hier schon alles benutzt. Ne, Mann. Eben werde ich mit ihm nicht können. Ne. Ja, das geht nicht. Und das lohischerweise auch nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist fest. Es ist fest. Es muss etwas wichtig sein. Es ist fest. Keine Staple zu entfernen. Ein bisschen Löcher. Hackeln. Und quatschen. Die kann man nochmal rüber. Es hat aber auch keinen näheren Wund. Es leuchtet eine Kiste. Da ist die Wurzel drin. Schau. Schau an das Fleisch. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Die hat geladen. Die hat geladen. Die hat geladen. Die hat geladen. Das hält mir auch nur Kanonkugeln. Ein bisschen zu übermüdet gerade. Es hat kleine blaue Haare in dem. Bewegende. Blaue Haare. Das fällt mir wirklich nicht zu ein. Das fällt mir eigentlich. Ich sollte mal eben speichern. Wenn ich schon. Durch diesen Absturz. Mal durchgekommen bin. Macht er sogar ein Prozent mehr draus. Für uns Mensch. Wunderschöne. Wer wartet, in die Kabine des Geistpirates, LeChuck? Hm. Muss der Wind sein. Sieht wie Monkey Island. Sieht wie Monkey Island. Woher weißt du, wie Monkey Island aussieht? Achso, von oben. Am Anfang. Ich bin nicht zu viel. Wurde, ich möchte nichts mit dem wäscherchen. Was ist dieser Ruhe? Wird besser fühlen. Wer wartet, wie ist er das? in der Kabine des Geistpirates, LeChuck. Wird lustig. Wird lustig. Wird lustig. Wird lustig. Auslocken oder so. Das liegt aber auch in der Motorrad. Ich habe das Gefühl, ich muss den Hund aufwenden, damit er irgendwie Krach macht. Ne, lass ihn doch mal nicht alleine. Dann hier auch nur Stäben. Fahne ich auch nicht. Die Eichhubs verstanden. Da ist das alles. Ich muss ihn allein lassen. Ich muss alle Gründe haben. Er schläft tief und fest. Völlig korrekt. Leider keine neue Info. Das scheint nicht zu funktionieren. Also ich kann nur sagen, ich... Wirklich keine Erfahrung in Point & Clicks. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich hier... Also mir ist schon aufgefallen, dass man vielen Fans einfach abstrakt denken muss. Ob es jetzt hier offensichtlich wäre, was zu tun ist? Ich sag mal so, vielleicht braucht es eine Decke, vielleicht ist es ihm einfach kalt. Und ich muss ihm einen T-Shirt geben. Oh, es passt nicht, Figuren. Ich denke, ich werde es in mittem Kondition halten. Es wird vielleicht etwas wert sein. Ich werde es jetzt passieren. Ich kann ihn wegwerfen. Ich werde es nicht wegwerfen. Ich kann es nicht wegwerfen. Ich werde es nicht wegwerfen. nicht das klappt so nicht keine kitzelige stelle finden gehe ich vielleicht noch mal zu ihm hoch und versuch es bei ihm den hund will er auch nicht kitzeln flit works best with things made of steel habe ich das nicht schon dreißig mal versucht er ist stahl passiert aber gar nichts noch mal die lens benutzen es gibt keine staplen zu entfernen das ist nicht Das scheint nicht zu funktionieren. Es nennt sich, wie man eine Kugel aufbauen kann. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann es nicht weg von ihm. Wollt ihr nichts spezielles über ihn? Ich kann es nicht weg von ihm. Hat sich aber, glaube ich, auch was geändert. Ja, machen wir das noch ein paar Mal. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Das ist eine Kugel von Ghost Grock. Das ist eine Kugel von Ghost Grock. Ach so, schmieren. Genau. Ich bin nur schnell. Das ist eine Kugel von Ghost Grock. Ja, dann weiß ich auch nicht. Würdest du den Grock vielleicht haben? Ich denke, ich würde es lieber schützen. Himmel. Ich denke, ich würde es lieber schützen. Ich denke, ich würde es lieber schützen. Ich denke, ich würde es lieber schützen. Es ist eine Kugel von Ghost Grock. Guter Jager. Kann ich ihn vielleicht weiter kitzeln? Ich kann es nicht finden. Ich kann es nicht finden. Ich denke, was ich für dich finde. Ach so, er bleibt jetzt so. Er sieht kundlos aus. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, Mann. Ja, das weiß ich auch nicht. Kommst du vorwärts und kommst nicht vorwärts. Auch das ist gut. Aber das speicher ich jetzt mal eben ab. Damit bedanke ich mich auch wieder beim Zuschauern. Wir sind wenigstens aufs Schiff von Lele Chack gekommen. Hoffentlich seid ihr nächste Mal wieder dabei, wenn wir sehen wie es weitergeht. Bis dann. Tschüüüü!